Willkommen zu Frequent Traveller TV, einer Folge vom Meilenmittwoch, aber an einem Samstag. Wir wollen nämlich zweiwöchentlich die Sendung bringen. Ich hoffe, ihr habt den Teaser gesehen in der anderen Show, die quasi gestern gelaufen ist, wenn ihr kein Abo habt. Aber die Themen, die ich für euch heute frisch gepresst habe, sind Lufthansa, Meistermoor, dreifache Meilen bei Best Western. Dann haben wir als Team IAG, die haben zwei Promotions, einmal mit 28% bis zu. Nahe Osten, Afrika, Südasien, sogar Südostasien, glaube ich. Afrika, habe ich gesagt. Dann haben wir 20% Rabatt in Europa. Wir haben auch eine Möglichkeit, wie ihr 30% Rabatt auf Meilen bekommt. Wir haben auch eine Möglichkeit, mit ITA Airways dreifache Punkte zu bekommen. Und wir haben noch als Promotion Deal und Deal mit der Singapore Airlines in der Business Class von Europa nach Singapur für 1.400, also 1.399 im Return. Wir möchten ja jüdische Ex-Preislage machen. Oder den One-Way gibt es sogar für 749. Also viele Themen für euch. Und GHA, Schaltjahr-Angebot, hätte ich fast vergessen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen, zu kommentieren und mir eure Liebe zu geben. Und wenn ihr ganz viel Liebe geben wollt, Kanalmitgliedschaft. Dann seht ihr die Sendung auch wesentlich früher. Habe ich was vergessen? Nein, habe ich nicht. Außer ihr habt die Glocke nicht angemacht. Also macht die Glocke an, lasst ein Like da, sonst haben wir ein echtes Beef. Beef, Beef. So, die erste Thematik ist die Thematik mit Lufthansa, Malz & Moor. Und zwar gibt es dort bei Best Western dreifache Punkte für Buchungen, die man macht zwischen dem Aufenthalt zwischen dem 1. März und dem 30. April. Man bekommt 500 Punkte plus 1.000 Punkte sind 1.500 Malz & Moor Punkte. Teilnehmende Hotels sind in folgenden Ländern, sind in Deutschland, und ich lese es für euch ab, damit ich keinen Fehler mache, Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Ungarn, Kroatien, Tschechische Republik und Slowenien. Was ist von dem Deal zu halten? Das ist ein Okay-Offer. Aber man kann das jetzt halt machen, da diese Angebote, die sind ja auch eigentlich durchgängig, weil ja immer quasi dann, wenn die eine aufhört, fängt die nächste wieder an. Aber wer bei Best Western übernachtet nur so, ohne dort zu sammeln viel, kann damit einen Vorteil bekommen. Jetzt geht es auch um einen Vorteil für IHG-Affiziandos. Ich hatte ja gerade vor drei Tagen meinen IHG-Aufenthalt im IHG Holiday Inn, war es sogar ein Express? Ja, Holiday Inn, nee, war nun Holiday Inn, in Helsinki am Bahnhof. Damit habe ich meine letzten Punkte von IHG verjöckelt. Aber wenn ihr Rabatt haben wollt, dann solltet ihr jetzt in Nahen Osten, Afrika, Indien und in Südasien Hotels finden mit bis zu 28% Rabatt. Heißt also, der Discounts sind 25% und wenn ihr dort, wie heißt die ganze Bude nochmal, One Rewards Members seid, gibt es nochmal drei Punkte extra, also 28% maximal. Dann gibt es Hotels wie zum Beispiel in Jaipur oder in Lucknow oder in Devi, also viele Hotels im Mittleren Osten. Auch selbst das Interconti in Abu Dhabi, ein Hotel, was ich heiß mag und liebe. Also ich finde das Hotel relativ cool, auch wenn es alt ist, aber es ist halt ein geiles Hotel. Es ist für mich Kult, seitdem ich im Mittleren Osten unterwegs bin. Ich sage mal Mittleren Osten, weil es halt für mich Middle East ist, sorry. Okay, in Abu Dhabi und das Hotel, da war ich seit den 90er Jahren dann vorbeigefahren und kenne ich in- und auswendig. Ja, man hat dort auch natürlich neue Hotels und man hat ja auch The Palm Dubai Beach Resort. Das ist natürlich auch ein interessantes Hotel. Mit dem Rabatt kann man da natürlich was schauen. Wichtig ist zu der Promotion zu sagen, ich gucke mal kurz auf die Seite nochmal, damit da nichts überschauen wird. Die reden sogar von 25 bis 30% oft, was man bei Dining bekommt und man muss wirklich drei Tage vor Aufenthalt dort buchen. Und ansonsten gehen wir auf alles No, die kleinen Oil Cookies und dann weg, Submit, Preferences, Close und da haben wir es. Also insofern geht und schaut und freut euch. Wir haben dann noch eine Promotion mit 20% in Europa. Und da muss man natürlich dann der Ehrlichkeit halber sagen, dass das auch relativ cool ist, weil ja in Europa auch einige tolle IHG Hotels sind. 20% Rabatt und zwar 15% Best Flex und dann Book Early und Safe Rate. Members bekommen natürlich mehr, dann gibt es dann die 5% on top. Also da für euch auch nochmal eine Möglichkeit. Wichtig ist, dass ihr vom 2. März bis zum 12. Februar 2025, so ist es richtig, da so übernachten könnt. Und ihr müsst die Buchung gemacht haben bis zum 5. März. Ihr habt also noch drei Tage Zeit, um diese Promotion mitzunehmen. Finde ich eine interessante Geschichte, wer bei IHG übernachten möchte. Ich persönlich, ich konzentriere mich auf Hyatt und neuerdings verstärkt auf Hilton und auf Marriott wieder. Sind so meine drei jetzt. IHG habe ich aus meinem Portfolio und aus meinem Herzen ausgeschlossen. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet und ob ihr sagt, IHG mag ich, mag ich nicht. Also ich mag IHG so ein bisschen, aber ich mag sie nicht als Loyalitätsprogramm. Nur so als Auflösung von meiner Warte. Wir haben dann einen GHA Discovery 4. Nacht kostenfrei Deal. Und zwar ist das ein Schaltjahr Promotion. Heißt also, da wir ja den 29. Februar hatten, müsst ihr jetzt buchen bis zum 7. März, um da die 4. Nacht frei zu bekommen. Das heißt also 3 plus 1 Nacht. Da gibt es Hotels im Mittleren Osten, in Asien, in Afrika, aber auch in Europa, wo ihr da buchen könnt. Ich denke mal, dass man das schauen muss. Aber man muss halt hinweisen, es ist keine wirkliche freie Nacht. Also man hat nie die letzte Nacht mit 0 Euro. Bei Hyatt gibt es das ja auch schon mal, dass man so etwas mit 0 Euro hat. Aber auch hier muss man bei GHA gucken. Ich bin mal gespannt, ob das auf dem Property dann gestrichen wird, ob das ein Fehler ist bei der Anzeige. Aber für den Aufenthalt zählt das nicht immer. Zum Beispiel ist das so, dass man bei Hyatt, wenn man 3 Nächte zahlt, die 4. kostenfrei bricht, aber auch nur Staycredit für 3 Nächte bekommt. Also das heißt 3 Nächte anstatt 4 Nächte, obwohl man 4 Nächte da war, weil man die letzte Nacht ja nicht bezahlt. In der Zeit gab es auch bei mir große Enttäuschung. Wo es bei mir keine Enttäuschung gibt, das ist bei amerikanischen Kreditkarten. Ich liebe amerikanische Kreditkarten. Ich werde auch dieses Jahr mein Portfolio nochmal erweitern. Ich werde wahrscheinlich die Marriott Bonvoy Karte holen und zwar die American Express Business. Ja, die liegt auch nur bei 125 Dolores. Es gibt im Moment 5 Freinächte a 50.000 Punkte, was zusammen 250.000 Punkte sind. Das ist geil, weil ich habe ja die Brilliant schon und die Brilliant hat 185.000 Punkte, die man jetzt bekommen kann. Die Promotion gilt bis zum 1. Mai. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit nachzudenken, ob ihr sie haben wollt. Sechsfache Punkte bekommt man bei Marriott Bonvoy in Hotels. Dreifache Punkte bei Restaurants weltweit. Und man bekommt 25 Dollar pro Monat als Restaurant-Gutschein. Also damit haben sich die 650 Dollar für die American Express Karte relativ schnell wieder rehabilitiert. Und man bekommt dann für alle anderen zweifache Punkte bei Marriott. Und Platin-Status sofort, sofort, direkt. 25 Nächte. Und wenn ihr dann als zweite Karte die Business-Karte nehmt, kriegt ihr 15 Nächte dazu. Müsst ein bisschen warten, geht nicht immer ganz sofort. Dort würdet ihr also rein theoretisch 40 Nächte einfach bekommen und den Platin-Status. Und damit, wenn ihr normalerweise eh nochmal dann 35 Nächte übernachten würdet, hättet Titanium-Status. Also da ganz klipp und klar ein Vorteil. Wer also amerikanische Kreditkarten haben will, hier, da, nee, warte hier, da ist die Nummer. Da muss ich richtig was zu sagen, fragen. Sprecht mich an. Ich helfe euch gerne. Jetzt haben wir noch eine super Sache. Da muss ich aus meinen E-Mails das suchen, weil da gibt es auch keine Seite. Die habe ich nämlich gerade bekommen, bevor ich aufgenommen habe, bevor ich angefangen habe aufzunehmen für die Sendung. Habe ich von Italien reingekriegt. Zwei Jahre Volare, das Programm. Lustigerweise habe ich den höchsten Status immer noch. Und man bekommt für Flüge, die man zwischen dem 1. März und dem 31. März 2024 kauft und abfliegt bis zum Ende Mai 2024, dreifache Punkte. Keine Statuspunkte, aber Punkte. Im Volare-System kann für den einen oder anderen interessant sein, falls der Deal mit der Hansa doch klappt, dass die Punkte dann irgendwie transferiert werden zu Mides & More. Nur so als Hinweis. Ich weiß nicht, mit welcher Ratio, mit wie oder was, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, wenn ihr solche Ideen bekommt. Jetzt habe ich die Zeit vergessen aufzuschreiben. Das ist kein Problem. Dann machen wir doch einfach das. Und wir haben für euch natürlich noch jetzt um 10 Minuten in die Sendung, um genau zu sein, 10 Minuten 08, ein Deal, wie ihr, und das denke ich mal, werdet die meisten interessieren, 30% Rabatt kriegt auf die Lufthansa Mides & More Pakete. So, da muss man dann das kurz auf Bonus schreiben. Ich mache das einfach nur spannender für euch, damit ihr die Spannungskurve habt. Und zwar, es gibt wieder Mides &, dieses Bundle & Go. Und da ist es dann so, dass man natürlich noch Kleinigkeiten dazu bekommt. Es gibt drei Bundle. Das Bundle Small, das Bundle Medium und das Bundle Large. Auf jedem gibt es 30% mehr Punkte, wenn ihr das kauft. Heißt also, anstatt 10.000 gibt es 13.000 beim Small. Es gibt 65.000 anstatt 50.000 bei dem Medium-Bundle und bei dem Large-Bundle gibt es anstatt 100.000, 130.000. Ihr könnt bis zu 250.000 Punkte pro Jahr kaufen. Deshalb könnt ihr mehrere Bundle kombinieren. Heißt also, rein theoretisch, ihr könntet zweimal die Bundle Large nehmen. Heißt also, ihr würdet dann 260.000 Meilen kriegen, hättet aber immer noch 50.000, die ihr kaufen könntet, weil die Bonus-Meilen nicht reinzählen. Das ist eine coole Sache. Und bei Bundle & Go ist es so, dass es dann natürlich bei points.com erworben wird. Wir erinnern uns ja an die Panne, bevor es eingeführt worden ist. Und dann ist es so, gibt es auch Pakete mit 280.000 Premium-Miles zu günstigen Preisen, wenn ihr euch einloggt. Bei mir funktioniert der Log-In-Moment nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich bin bei Mites & More anscheinend rausgeflogen. Nein, ich weiß es nicht. Ich finde es einfach nicht. Lustigerweise zeigt er mir auch noch meine HON-Karte an. Aber ja, das ist halt eine Möglichkeit, um da 30% mehr Meilen zu bekommen mit dieser Methode. Also nur ein Hinweis für euch. Was ist noch mit dabei? Bei dem Small ist mit dabei Hotels & Cars 25% auf die nächste Buchung. Dann Avios 1250 Premium-Meilen. 25% Bonus-Meilen auf die nächsten 5 Anmietungen. Und Priority Pass 5%. Dann bei dem Medium sind dabei 50% Bonus auf die nächste Buchung bei Hotels & Cars. Dann Avios. Ist das schon Avios? Bei Avios 1.750 Premium-Meilen-Mitgliedsbonus. 1.100 Bonus-Meilen für die nächsten 5 Anmietungen. Also auch nochmal cool. Priority Pass gibt es 15% bzw. 30% auf die unterschiedlichen Mitgliedsstufen. Und wer das größte Paket kauft mit 30%, der bekommt dort 50.000 Meilen plus 15.000. Was haben wir da denn? Das 1.000. Ne, das stimmt ja dann gar nicht. Aber wer kriegt dann... Hier haben wir es. Genau, 100% Bonus auf die nächste Buchung bei Hotels & Cars. Da ist es richtig. Da bin ich nämlich in einer Zeile verrutscht. Und da muss man natürlich gucken, was es ansonsten an Boni gibt. Ja, geht auf die Landingpage, guckt, ob ihr da ein eigenes Angebot habt und inwieweit ihr davon profitieren könnt. Ihr könnt ja auch unten kommentieren, ob ihr ein anderes Angebot bekommen habt. Dieses höhere, von dem ich gehört habe mit 280.000. Da wäre ich mal gespannt, was es dazu gibt. Im Prinzip ist es halt ein cleverer Weg, um Meilen zu verkaufen. Also nichts anderes, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, weil Lufthansa ja keinen Meilenwert der Meile zugeben will. Aber ich sage immer wieder, kannst du ja einfach über Payback ausrechnen. Also insofern kannst du da nichts ausdenken. Wir haben jetzt zum Ende der Sendung am Meilenmittwoch, aber an einem Samstag, einen Dealzone für euch. Und zwar ist dieser Dealzone mit den Freunden von Singapur Airlines und Tapp zusammen. Ich zeige euch das mal auf der Karte, damit ihr das mal genau seht, wie es funktioniert. Weil wenn man es sieht, kann man es besser verstehen. Und ich gehe mal ein bisschen hoch, weil dann seht ihr auch die Strecke. Warte, hier muss ich hochgehen. Da ist es, da seht ihr dann die Verbindung. Und zwar ist es so, dass man die Business-Tickets nach Singapur günstig fliegt. Zuerst fliegt man natürlich nach Portugal zum Beispiel. In dem Fall wäre das von Amsterdam nach Lissabon und dann von Lissabon aus nach Rom, nach Frankfurt, nach Mailand. Und dann weiter nach Singapur zu fliegen mit 3,50 oder sogar 3,80, je nachdem. Und das Ganze dann ab 750 Euro angefangen für den One-Way. 749, sage ich ja immer, jüdische Eckpreislage. Und für 1.399 gibt es sogar dann ein Return-Ticket. Aber ihr müsst halt mit der Tapp immer fliegen. Spricht natürlich nichts dagegen, wenn er in Frankfurt aussteigt. Nur so als Hinweis. Gibt es ansonsten etwas zu dem Deal sonst zu sagen? Ja, Tapp ist eine Strafe, aber Singapur Airlines ist schon tipptopp. Und dann im 3,80er in der Business-Class. Also, oder? Der 3,50er Business-Class. Ich hoffe, dass heute was beim Meilen Mittwoch an einem Samstag für euch dabei war. Ich freue mich auf eure Kommentare. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren. Und es gibt für euch jetzt einfach nur noch den Abspann. Also, danke und bis Mittwoch oder bis heute Abend zur nächsten Sendung, morgen zur nächsten Sendung. Freue mich und hier, denkt dran, wenn ihr amerikanische Kreditkarten oder Fragen zur Sendung habt. WhatsApp, what, what, what? Da, WhatsApp hier. Also, freue mich, bis dann. Und Abspann, wo habe ich ihn jetzt? Hier ist er. Also, bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020